Ja, servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem FinanzVG-Kanal. Mein Name ist Liam und ja, ich begrüße euch heute zu einer neuen Aktienanalyse und zwar der Aktie von TUI. TUI hat ja in den letzten Tagen bzw. Wochen etwas spännendere Moves gemacht und ist deshalb sehr interessant geworden und deshalb mache ich jetzt mal eine Analyse dazu. Ja, erstmal zur Übersicht. TUI ist der größte Touristikkonzern bzw. das größte Touristikunternehmen der Welt mit Hauptsitz in Hannover eigentlich bzw. auch in Berlin. Da ist auch ein sehr großer Sitz. Sie haben 71.000 Mitarbeiter und der CEO ist Friedrich Jusen. Ja, zu den Zahlen. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,88 Milliarden Euro und da fällt uns schon direkt ins Auge, dass diese natürlich ziemlich, ziemlich gering ist für so eine große Firma. Aber dazu kommen wir noch später, denn es gibt einige Zahlen, die sehr überraschend sind dafür, dass die Marktkapitalisierung von TUI wirklich so gering ist. Der Umsatz 2019 betrug 18,9 Milliarden Euro, der Gewinn 413 Millionen Euro. Das ist eine ziemlich geringe Gewinnspanne, muss man sagen. Etwa 3% ist nicht ganz gewöhnlich und deshalb noch nicht so ganz rentabel, muss man sagen. Ja, der Umsatz hier sieht natürlich normalerweise recht normal aus, außer dann natürlich das Jahr 2020. Auch das Jahr 2020 sieht hier natürlich nicht besonders schlecht aus, muss man sagen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass TUI im ersten Quartal 2020, da dort ja die Reisen gebucht werden, weil man Reisen ja immer im Voraus bucht, hatten sie ihr Rekordquartal, quasi das beste Quartal jemals in der Unternehmenshistorie. Und deshalb sieht 2020 im Gegensatz zu den Vorjahren gar nicht so schlecht aus und der Umsatz ist gerade mal, gerade mal um die Hälfte gesunken. Ja, der Gewinn, ganz klar, natürlich total im Minus hier. Wir haben etwas mehr als 2 Milliarden Euro Verlust. Zur Dividende. Dividende haben sie 2020 schon ausgeschüttet, etwa in Höhe von 800 Millionen Euro. Diese war auch höher als im Jahr 2019, was ziemlich überraschend war. Aber natürlich muss TUI auch seine Investoren bei der Stange halten und können diese nicht einfach verlieren, weil das sonst fatal wäre für das Unternehmen. Ja, Leute, ich habe hier jetzt auch nochmal den TUI-Chart aufgemacht und wir sehen hier schon recht schnell zwei Dinge. Und zwar einmal, TUI ist natürlich insgesamt hier durch die Corona-Krise extrem gefallen. Wir sehen hier ein Price-Movement von, also nur durch den Corona-Drop, etwa 75 bis 80 Prozent, was natürlich schon sehr, sehr viel ist, muss man sagen. So, und die zwei anderen Dinge, beziehungsweise die eine andere Sache, die ins Auge fällt, ist, dass TUI in den letzten Wochen, hier gerade auf dem Wochen-Chart, und auch in den letzten Tagen sehr, sehr starke Kurssprünge gemacht hat. Man sieht hier einmal, der 50-Day-Moving-Average wurde gebrochen, der 200-Day-Moving-Average wurde hier auch angetestet und sehr anscheinend durch einen erneuten Re-Untest nachhaltig gebounced. Das bedeutet, die Kurslevel können sich auf jeden Fall weiter in Richtung nach oben bewegen, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel jetzt hier noch ein kleiner Widerstand ist, muss man mal schauen. Aber alles in allem finde ich, dass 5,30 Euro für die TUI-Aktie doch immer noch ein sehr guter Einstieg sind. Vor allem, wenn man davon ausgeht, ich habe hier mal einen Uptrend-Channel eingezeichnet von etwa den letzten 10 Jahren, wo die TUI-Aktie doch stetig gestiegen ist. Das ist ja ein Uptrend-Channel. Und wenn man jetzt alleine davon ausgeht, dass die Aktie zurück in den Uptrend-Channel geht, würde ja hier so ungefähr ein Kurslevel von 9 bis 10 Euro anstehen, was ja dann schon 100% Gewinn wäre. Und das wäre ja noch nicht mal das Vor-Corona-Level. Das Vor-Corona-Level wäre ja hier etwa 11 bis 12 Euro, was dann noch mehr als 100% Kursgewinne allein wären. Und man muss noch daran denken, dass TUI natürlich auch schon sehr profitabel ist und schon eine lang existente Firma ist. Das bedeutet, sie schütten auch schon gute Dividende aus. Deshalb denke ich, alles in allem ist für jemanden, der jetzt sich ein Aktiendepot anlegt oder jetzt überlegt zu investieren, ist TUI ein sehr risikoreiches Investment, aber auch ein interessantes Investment, denn sie haben natürlich auch viel zu bieten. Ja, zur Aktionärsstruktur. Hier fällt auf, dass der Free Float nur 66% beträgt, was wirklich sehr wenig ist im Gegensatz zu fast allen anderen Firmen. Denn fast 25% werden hier von Alexei Alexandrovich gehalten. Das ist ein Russe, der anscheinend auch in der Touristikbranche tätig ist und auch den Tourismus etwas nach Russland holen wollte. Deswegen hat er ein, ja man kann schon sagen, ein Viertel von TUI gekauft, beziehungsweise etwas knapp etwas unter einem Viertel, um auch ein bisschen etwas Tourismus nach Russland zu holen. Ja, zu den Produkten, die TUI haben, beziehungsweise erstmal zu den Zahlen, die sehr spannend sind. TUI besitzt 150 Flugzeuge, beziehungsweise besitzen tun sie nur 5 Flugzeuge, aber in ihrer Flotte sind 150 Flugzeuge, wovon dann dementsprechend 145 Flugzeuge geleased sind. Sie haben 21 Millionen weltweite Kunden und ihre Reisen, beziehungsweise ihre Reisen, Flüge, Hotels, whatever, kommen wir gleich noch dazu, verteilen sie entweder über eigene Websites und Reisebüros oder über Third-Party-Distribution. Das ist hier so etwas wie Booking.com, Idealo und halt so Webseiten und Dienstleister, die halt nicht von TUI selbst sind. Leading Marktshares 20 bis 40 Prozent bedeutet quasi, dass TUI 20 bis 40 Prozent der weltweiten Reise managt. Das bedeutet 20 bis 40 Prozent der gesamten Urlaube, die Menschen auf der Welt machen, gehen in TUIs Tasche. Und ja, auch hier drüben sind sehr interessante Zahlen. 411 Hotels, das ist eine enorme Anzahl an Hotels, die fast auf der ganzen Welt verteilt sind und 411 Hotels sind schon wirklich sehr, sehr viel, wenn man sich überlegt, dass in einem Hotel schon 2000 Kunden leben können ungefähr, also leben, halt Urlaub machen können. Dann haben sie auch noch 18 Kreuzfahrtschiffe seit Anfang des Jahres, denn dort haben sie drei Kreuzfahrtschiffe noch von Hapag Lloyd übernommen. Deshalb haben sie jetzt auch 18 Kreuzfahrtschiffe und das alles kostet natürlich recht viel, dazu aber gleich mehr. Zuletzt haben sie noch One Million Things to Do. Das bedeutet quasi, sie bieten auch in den Urlaubsorten und in den Urlaubszielen, wo die Konsumenten beziehungsweise die Kunden hinfliegen können, bieten sie auch Aktivitäten an, die man dort unternehmen kann. Ja, dann kommen wir direkt zu dem Segment, das ist quasi danach bewertet, wie viel Gewinn jeder Teil davon macht und zwar machen die Kreuzfahrten und die Hotels hier, die Hotels machen fast die Hälfte des Gewinns aus, die Kreuzfahrten machen fast die andere Hälfte aus, also man sieht hier Kreuzfahrten und Hotels zusammen machen schon etwa 80% aus des gesamten Gewinns. Dann gibt es noch Märkte und Airline, also die Flüge einfach von ihnen und zuletzt die Things to Do, diese sind natürlich am billigsten und bringen deshalb am wenigsten Profit. Ja, das hier ist eine sehr aktuelle Grafik, die zeigt, wie die Entwicklung der Firma quasi normal wäre, so wäre das ja immer zyklisch, quasi hier im Sommer, mehr Kunden, mehr Anschwung, mehr Cash in der Tasche. Für TUI im Winter eher weniger und das hier, der Restart, war quasi die Entwicklung, die es jetzt wirklich gab durch Corona. Und zwar hier sind wir einmal langsam leicht drüber, wegen des ersten Quartals in Unternehmensgeschichte, dann ging es sie natürlich runter, dann sieht man hier erstes Hilfspaket, zweites Hilfspaket, dann haben sie natürlich noch Mitarbeiter entlassen, auch ein paar Reisebüros geschlossen oder zumindest rübergehend geschlossen, um halt so enorme Kosten zu sparen. Und somit sieht man hier schon, hätten sie einen Standstill, das bedeutet einen Stillstand gehabt, wären wir hier wirklich enorm weiter runtergefallen in dieser Grafik. Aber da sie die Kosten so zurückfahren konnten und die Hilfspakete gut managen konnten, gab es hier eine doch sehr stark über der Standstill begleitenden Kurve quasi, die es jetzt doch dann in Wirklichkeit geschafft hat, TUI da durch die Krise zu manövrieren. Ja, und dann als letztes hier nochmal ein paar Zahlen, was die Flotte von TUI wirklich kostet. Und zwar haben sie einmal, wie gesagt, 3% der Flugzeuge gehören ihnen selbst, 97% leasen sie. Das bedeutet, 145 Flugzeuge sind geleased, 5 gehören ihnen. Kreuzfahrtschiffe aktuell auf Standby, das bedeutet, sie können die Kreuzfahrtschiffe nicht einlagern, weil eine Werft, beziehungsweise nicht Werft, eine Einlagerung für die Kreuzfahrtschiffe ist extrem teuer und diese dann auch zu reaktivieren, weil dann alles wieder gewartet werden muss, Reparaturen fallen an, alles muss geputzt werden. Und dieser ganze Vorgang für ein Kreuzfahrtschiff ist anscheinend so teuer, dass TUI die Kreuzfahrtschiffe jetzt erstmal auf Standby belässt. Das bedeutet, sie liegen irgendwo an einem Hafen, dort sind Mitarbeiter an Bord, die reinigen diese Kreuzfahrtschiffe, die werden durchgehend gewartet. Das bedeutet, da passiert durchgehend was auf dem Schiff. Und deshalb kosten diese 18 Kreuzfahrtschiffe pro Schiff pro Monat etwa 1,5 bis 3 Millionen Euro, was sehr, sehr viel ist und dementsprechend halt bisher 77 bis 144 Millionen Euro. Alleine für die Kosten, dass die Kreuzfahrtschiffe jetzt quasi nur stillstehen. Und ja, dann kommen wir auch schon direkt zum Fazit und zwar hat TUI ein sehr, sehr starkes Wachstumspotenzial, was ich ja auch schon eben gesagt habe bei der Marktkapitalisierung. Sie besitzen über 400 Hotels, über 150, beziehungsweise genau 150 Flugzeuge und dazu besitzen sie auch noch 18 Kreuzfahrtschiffe. Das ist ein enorm breit aufgestelltes Touristikunternehmen. Und dahingehend kann man halt schon sagen, dass eine Marktkapitalisierung von unter 3 Milliarden Euro sehr, sehr gering ist. Und als letzten Punkt haben wir noch Expansionen im Gange und zwar Digitalisierung. Das heißt, TUI möchte so ein bisschen wegkommen von den Reisebüros wirklich und eher hin zu so Seiten wie Booking.com oder Idealo, dass sie ihre Reisen halt online anbieten, was ja auch Sinn ergibt. So können sie enorme Kosten sparen durch Reisebüro, Standorte, durch Mitarbeiter und sowas und können halt dort ihren Profit weitermachen und ihre Gewinnspanne vielleicht auch einmal steigern. So und zum Fazit Contra haben wir noch hohes Insolvenzrisiko. Das ist natürlich klar, je nachdem wie lange diese Corona-Sache jetzt noch dauert und je nachdem wie lange TUI sich noch halten kann, könnte es natürlich auch sein, dass die Firma insolvent geht. Das bedeutet, ein TUI Investment wäre jetzt natürlich noch sehr risikoreich. Dann natürlich noch der zuletzt hohe Kurswachstum oder Kurssprung. Allein heute hat TUI, glaube ich, 8% plus gemacht. Das, was natürlich enorm viel ist, müsste man sich jetzt nochmal überlegen. Andererseits kann man natürlich immer noch sagen, für den Kurs vor Corona war die TUI-Aktie etwa bei 13 Euro und bei dem momentanen Kurslevel hat man natürlich immer noch einen sehr starken Einstieg und könnte dort bis zum Vor-Corona-Niveau schon über 100% Kursgewinn mitnehmen. Und als letztes haben wir nicht so zukunftsorientiertes Geschäftsmodell mit dem Reisebüro. Das, wie halt eben gesagt, alle Leute buchen ihre Sachen online, gerade jetzt durch Corona, auch nach Corona, denken wir, wird es weiter so gehen, dass alles fast online stattfindet und auch gerade sowas wie mit dem Arbeiten und Homeoffice und auch sowas wie Reisen buchen, macht man dann halt eher online und weniger im Reisebüro. Und ja, das war es dann auch schon zu der TUI-Aktienanalyse. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Und ja, ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video morgen früh. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.